Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Ich glaube, ich brauche mal ein neues Intro. Ja, auf jeden Fall gibt es heute eine Runde Podcast Twisted Fate im Jungle. Ich habe tatsächlich den Johnny auf Twitter gesehen und er hat geschrieben, ja, 15 Games, Twisted Fate, dies, das, er will ihn auf Trinity spielen. Deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, also ich wollte sowieso ein Podcast-Video heute rausbringen, dazu kommen wir nachher noch, ja, im Podcast. Wir werden heute einige Dinge besprechen, wir sind zwar im Game hier natürlich, aber der Fokus liegt vor allem auf das Reden. Deswegen habe ich hier auch den Jungle, ich hoffe, das geht irgendwie halt, ich glaube, ich hätte mit dir anfangen sollen. Na gut, das heißt, wir haben einige Themen, aber wir spielen trotzdem Tristed Fate Jungle. Ich denke, es könnte ganz gut funktionieren, ich meine, aus dem Jungle herauszuhalten ist eigentlich ziemlich geil, oder? Hätte ich gesagt und deswegen probieren wir das Ganze mal aus, ob wir ihn jetzt auf AD bauen oder nicht, das weiß ich noch nicht, aber gucken wir mal, hätte ich gesagt. So, das hier hat relativ lange gedauert, tatsächlich, wir scalen mal, ne, wir scalen die eh, dann können wir nämlich den hier machen. Ja, kommen wir zu unserem ersten Punkt des Podcasts und zwar habe ich mir nämlich einige hier aufgeschrieben. Ähm, ja, mein Kanal, ne, grundsätzlich haben wir schon hier und da mal ein bisschen drüber gesprochen. Ihr merkt ja wahrscheinlich, dass mein Kanal jetzt aktuell wieder ein bisschen mehr Feuer hat, das heißt, ich versuche bessere, ich glaube, wir machen mal den Audio-Sound ein bisschen leiser, ist echt laut, glaube ich. Wir machen, ähm, beziehungsweise, dass ich jetzt versuche, wieder ein bisschen mehr Feuer zu bringen, ich denke mal, das merkt man auch so ziemlich, ich verschneite jetzt wieder deutlich mehr, muss ich sagen. Das heißt, auch für morgen, eigentlich wollte ich das Video, was morgen kommt, heute machen, aber es ist dann doch so aufwendig geworden, beziehungsweise aufwendig, bin halt nicht ganz fertig geworden, dass ich es erst morgen bringen werde. Und dann kam jetzt die folgende Frage, sage ich denn jetzt einfach, okay, hey, ich bringe am Samstag einfach gar nichts, ne, oder bringe ich halt lieber etwas, wo jetzt nicht ganz so viel Arbeit drinsteckt, wie zum Beispiel das hier. Ne, das heißt, ihr könnt jetzt hier gerne, ihr seid gerne angehalten, zu sagen, ja, hey, ja, das ist gar nicht so einfach, ich habe extra schon viel mitgenommen. Das heißt, ihr seid angehalten, zu sagen, ja, hey, ne, Podcast, wie gefällt euch das Podcast-Format? Grundsätzlich fragen wir es erstmal so, wie findet ihr dieses Podcast-Format, hey, das kann man ruhig ab und zu mal bringen, wenn gerade eh nichts da ist, jetzt mit Level 2, 10% im Jungle gehen, das GG. Oh Gott, guck mal, er ist Level 3, RIP, Bruder, ich kann dir leider nicht helfen. Oder sagt ihr, ja, das ist zwar ganz okay, ganz nett, aber so richtig, very geil ist auch nicht. Könnt ihr natürlich absolut gerne sagen, ähm, ich brauche da absolut euer Feedback, ich muss nämlich ehrlich sagen, da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe in der Vergangenheit ja schon mal öfters mit dem Podcast-Ding gefragt, aber ich habe mir nie die Kommentare durchgelesen, ja. Damals, meine Zeit war ein bisschen RIP, also, ich habe mir schon mal die Kommentare durchgelesen, aber zu meinen Podcast-Videos zum Beispiel nicht, bin ich ehrlich. Ähm, das macht auch nicht, also als YouTuber kannst du auch nicht immer alle Kommentare lesen, das ist super krass. Aber in letzter Zeit lese ich tatsächlich alle Kommentare, ja, das heißt, ich mache auch viele Herzen drunter, ich antworte auf viele Kommentare, das heißt, oh, das ist jetzt ein kompletter Kampf, das ist jetzt ein richtiger Kampf, das heißt, äh, ich werde alles lesen, was ihr schreibt hier zu diesem Video, gebt mir gerne eure Meinung dazu, schreibt, ja, hey, nee, ist cool, ist nicht cool, macht vielleicht dies, macht vielleicht das, ne. Das heißt auch grundsätzlich in Facebook, Instagram und diese Sachen, die habe ich jetzt auch alle mehr oder weniger abgearbeitet, dass wenn euch noch irgendwas auf dem Herzen liegt, dann könnt ihr, oder ich irgendwas vergessen habe zu antworten, dann schreibt mir da einfach nochmal, dann werde ich das durchgehen, angehen, reingehen, weggehen, wie auch immer. Also, schreibt einfach ganz gerne und wie gesagt, Kommentare werde ich auch sehr, sehr aktiv immer schreiben, natürlich gerade am Anfang, ja, das heißt, wenn ein Video rauskommt, werde ich sofort da auf die Kommentare reingehen und, ja, also wenn, jetzt nach zwei, drei Tagen vielleicht nicht mehr, ne, also zumindest auf dasselbe Video, also wenn ich das sehe, okay, ansonsten no. Ja, ansonsten, wie gesagt, es kommen jetzt wieder, ähm, mehr, mehr geschnittene Videos, ne, ich hoffe, das gefällt, euch, kam ja auch sehr, sehr gutes Feedback bisher, äh, natürlich werde ich auch wieder versuchen, mehr Gameplays auch geschnitten ist, also ich möchte so eine, eine Mischung haben, das heißt, es gibt so ein paar Full Gameplays, wie zum Beispiel jetzt, ne, bei Mordekaiser war das, oder vielleicht auch bei diesem Podcast, falls ich es dann bringe, es sollen aber auch, äh, Cut Gameplays kommen, ja, das heißt, es ist so eine Mischung und dann dazwischen so Videos wie How to Counter, äh, und, ähm, Raten und andere Sachen, ja, wie zum Beispiel das, was morgen kommt, dann eventuell, ja, let's play ist, meine Freunde, ich möchte, ich bin vor kurzer Zeit auf den Rocket Beans Kanal gestoßen, das heißt, ich habe sie schon sehr, sehr damals kennengelernt und jetzt gucke ich sie aktiv und ich habe ganz, ganz damals nie Let's Plays geguckt, ich habe auch die Leute nicht verstanden, die Let's Plays gucken und dachte so, hm, warum macht man das, der komplett ist so, sollen wir mal ginken, das wäre mal insane, Leute. Ich wäre ready, aber potenziell hätte sie eigentlich meine Karten sehen müssen, aber, let's go. Autotech into Q, into Autotech, into Autotech, into Autotech, into Laufen und, äh, Karte und Q. Flash, sehr gut, geiler Gang. Jetzt noch ein paar Autotechs, wir haben Fleet Footwork. Non Autotech, ne Stun Karte. Nett, also wenn, ja, guck mal, der Flash, oh Gott, okay, der hat doch wieder Schaden gemacht. Schafft der das Reiss hier? Oder braucht der einen Rewerk? Äh, ja, also, ich bin auf den Kanal gekommen und da habe ich Sekiro gesehen. Ne, sehr, sehr viel gesehen und ich habe es, ich muss sagen, ich kann es jetzt absolut nachvollziehen. Das heißt, ich gucke super viel Sekiro, ohne dass ich selber spiele. Ne, ich habe es nicht, ich habe es nie gespielt, aber ich gucke es super gerne bei denen. Und, ja, irgendwie habe ich es jetzt kennengelernt und verstehe das Ganze auch so ein bisschen, wie man so diese Let's Plays, natürlich, es gibt da wahrscheinlich zwei verschiedene. Es gibt dann auch die Leute, die gucken, hey, ne, da kann man was lernen, da kann man besser werden, da kommt der Grump nicht, da kann man besser werden, dies, das. Und dann gibt es wahrscheinlich auch die Leute, die halt sagen, hey, einfach nur zur Unterhaltung, ne. Also, finde ich, ist eigentlich ein ganz cooles Thema. Ihr könnt ja auch gerne mal sagen, warum ihr Let's Plays guckt in Form von Videos oder auch in Form von Streams. Das heißt auch zum Beispiel StarCraft. Ich habe super viel StarCraft 2 geguckt, ohne dass ich selber gespielt habe. Ich habe jetzt vor kurzem angefangen und es ist einfach ein komplett krankes Game. Aber ich habe es nie gespielt, überhaupt nicht. Überhaupt nicht gespielt. Und jetzt bin ich, ich glaube, wir sollten die, ja, wobei, die Q ist halt mein WaveClear, aber weiß gar nicht. Vielleicht sollten wir die E-Maxen, ja, wir müssen mal gucken. Naja, also wie gesagt, sagt mir doch gerne, wie ihr das mit den Let's Plays so habt. Ich habe ja auch einen Let's Play Kanal auf dem Andere Games kommen. Und ich habe davor auch irgendwann nochmal Sekirio zu holen, wenn es im Sale ist. Ist mir aktuell ein bisschen zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Und vielleicht auch, also ich habe mir ein paar verschiedene Spiele noch wieder runtergeladen. Äh, Minecraft, Leute, tatsächlich. Ja, das klingt jetzt ein bisschen krass. Ich habe vor kurzem eine Phase gehabt, also diese Woche, wo ich einfach überhaupt keinen Bock hatte, irgendwas zu spielen. Ich hatte das Gefühl, ich habe alles durchgespielt, was ich habe. Alles, überhaupt keinen Bock. Das heißt, ich habe sogar gerne Videos geschnitten, weil ich einfach nicht wusste, was ich sonst mit meiner Zeit machen sollte, neben Fitnessstudio. Ähm, ja, es klingt verrückt, das sind First World Problems, ich weiß. Und, ja, dann habe ich halt einfach gedacht, okay, hey, wir zocken jetzt Minecraft. Habe ich mir einfach mal vorgelegt, gelegt, 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 gelegt. Das heißt, entweder heute schon, on streamen, oder Sonntag, ich weiß noch nicht, wie es halt klappt, wie ich halt Bock habe, wird Minecraft gezockt. Ja, wir gehen mal hier, die Attack Speed Variante ist bestimmt nicht verkehrt. Und Trinity soll ja ganz gut sein, ne? Ähm, ich meine, Minecraft, klar, also, ich habe immer das Gefühl gehabt, alle Leute hassen Minecraft so ein bisschen. So, irgendwie, wow, immer diese ganzen Kiddies, die Minecraft spielen, dies, das. Dann habe ich letztens im Fitnessstudio noch zwei Leute wieder, die mich angesprochen haben, kennengelernt. Und ich so, habe schon so angeteasert, ja, Leute, ähm, ne, ihr werdet mich zu hassen, aber ich werde demnächst, äh, Minecraft spielen. Und die so, ja, geil, ich bin hier der Mega-Craft-LP und dies, das. Dann direkt gesagt, so, die auch Minecraft spielen und das cool finden. Also, und eigentlich alle Leute, wo ich jetzt gefragt habe, finde Minecraft cool. Gibt es wirklich diese Minecraft-Hater, oder hatte ich einfach ein komplett falsches Bild im Kopf? Also, das ist schon verrückt. Ja, auf jeden Fall, ne, werde ich da wahrscheinlich erstmal normal, ganz alleine, off spielen, ohne Mods, ohne alles, um das einfach mal zu kennen zu lernen. Ich meine, ich spiele ja gerne so Spiele mit Craften und so Geschichten, ne, das, da bin ich ja schon drin. Ich glaube, wir ganken jetzt mal Wattlane. Ich meine, wir sind, hier, guck mal, wir drücken W, wir drücken Ultimate. Yumi ist nicht da, scheiße. Aber ich bin Zack gerade entkommen in dem Moment, muss man mal akzeptieren. Na, jetzt gehen wir, ja, also, sie hätte mich retten können, war ihr Fehler. Aber, ähm, ich habe auch überhaupt nicht gesehen, dass unser AD-Carry gar nicht da ist. Muss ich zugeben? Gebe ich zu, gebe ich zu. Das mit Zack war natürlich auch ein bisschen schwierig, dass er da gerade ankam und, ja, das Junge mir am Schlafen war. Aber, ne, ich bin ja nicht mad oder überhaupt irgendwas. Eigentlich soll ich das Jungle-Item erst fertig machen. So. Also, Minecraft könnte kommen, ja, vielleicht mal sogar, wenn es sich richtig packt, so ein 15 Stunden Minecraft-Only-Stream. Weiß nicht, ob das was für euch wäre oder nicht, so. Müsste man dann mal schauen. Ähm, ja, ich habe es gerade schon gesagt, Sport, ich hatte jetzt eine lange Zeit keinen Sport, das heißt, beziehungsweise Pause. Ich bin, oh, lol, er spielt mit Teleport. Mein, okay, offensichtlich sind das Primates, fällt mir jetzt auf, Leute. Ich bin alle mit Teleport. Das heißt, Was heißt das? Normalerweise hätte ich gesagt, wäre das klug gewesen, wären die alle am Anfang auf eine Lane gegangen und hätten die komplett durchgepusht und dann hätten sie sich teleportiert verteilt. Aber, was haben die vor? Ich meine, die haben kein offensives Sammler. Die kriegen doch voll auf die Fresse, oder nicht? Teleport ist doch, ja, ich meine, nicht so krass, dass jeder haben muss, oder? Seht das verkehrt? Aber gut, werden wir mal rausfinden, was die Gegner machen. Ansonsten, ja, wie gesagt, Sport. Ich verliere mal kurz den Faden so ein bisschen, ich hab's mir auch geschrieben, aber Sport bin ich jetzt wieder voll dabei, hab richtig Bock und ich hab auch wirklich das Gefühl, dass Sport mir einfach, ne, es bereitet mir gute Laune, es sorgt für Ausgeglichenheit, du bist einfach on fire, du bist, ne, richtig, es ist einfach, es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Ne, das heißt auch, jeden, der von euch keinen Sport macht, selbst klar, man kann jetzt drüber argumentieren, hey, wenn der Sport immer wieder zwischendurch abbricht, dann ist es halt nicht so geil. Ja, ich glaub, wir töten sie jetzt einfach, ganz ehrlich. Zweit, weh, zack, oh shit, komm, komm, brenn, brenn, fuck, die kommt echt, ah, die ist gestorben. Ne, das heißt, klar, man kann halt für und gegen argumentieren, wenn du sagst, hey, ne, wenn du nicht regelmäßig zum Sport gehst, dann verlierst du immer wieder deine Fortschritte und so. Dann kannst du natürlich positiv argumentieren, ja, aber die werden gespeichert und kommen halt wieder nach einer Zeit, das ist wirklich so, Muscle Memory. Ah, das heißt, ne, der Körper kommt schneller wieder, wenn du trainieren gehst, zu seinem Alten zurück. Aber was ich vor allem merke, ist, wenn ich lange nicht beim Sport war, dann tut mir einfach irgendwann der Rücken weg. Ich sitze ja sehr, sehr viel und immer, wenn ich beim Sport bin, habe ich überhaupt keine Rückenschmerzen, also wirklich insane. Also ich kann es nur empfehlen, ist wirklich absolut insane zum Sport zu gehen, gerade wenn ihr viel sitzt. Selbst wenn ihr sagt, okay, hey, ihr habt dann, ne, ihr baut jetzt muskeltechnisch nicht krass auf, habt ihr, komm, Katrin, Bruder, dann habt ihr trotzdem, oh, Alter, wie wir den wegslashen, Alter, guckt euch das an, Leute, Broken TF Blade, ne, dann, selbst wenn ihr sagt, hey, ihr brecht immer irgendwann ab, ihr habt trotzdem was für euren Rücken getan, habt was Gutes getan, also verkehrt ist es definitiv nicht. Das heißt, ich bin jetzt wieder beim Sport, ich denke, ich werde dann auch wieder bei Instagram, ne, da, ich glaube, unten in der Beschreibung ist mein Account, werde ich wieder Bilder posten für die Leute, die es interessiert, falls ihr überhaupt irgendwen interessiert, ähm, also, ne, seid ihr gerne angehalten. Ja, auch grundsätzlich, Wünsche, ne, ich habe ja schon ein paar Wünsche geäußert, das heißt, ich versuche auch aktuell, äh, Iron Bravery, würde ich demnächst mal wieder vielleicht aufnehmen wollen, da fehlt es mir vielleicht noch gerade so ein bisschen am Account, muss ich, ehrlicherweise zugestehen, ähm, ansonsten, ferngesteuert wurde sehr, sehr oft gesagt, dass ihr das haben wollt, How to Counter kam sehr, sehr gut bei euch an, das werde ich wahrscheinlich nächste Woche eine weitere Folge bringen, werde aber auch demnächst nochmal versuchen, ob ich einfach einen direkten Guide mache, das heißt, nicht ein How to Counter, sondern ein How to Play oder irgendwie sowas ähnliches, das heißt, ich habe gerade einfach generell sehr, sehr viel Lust, Sachen zu machen, ähm, ich würde sagen, wir gehen beim Shop, wir haben super viel Geld und Gankern, wir haben nämlich unsere Ultimate, wir sagen, back into mid-ult, ich hoffe, er stirbt bis dahin, nicht, wir kaufen uns mal schnell das, kaufen uns mal schnell das, kaufen uns mal schnell das, kaufen uns, guck mal, wir haben fast einen Trinity einfach gekauft, soll, ich komme, Bruder, das ist sehr gewagt, aber ich bin unterwegs, da kommt leider Zack, aber Zack wird da reingehen und im gleichen Moment gette ich sie, das ist perfekt, so, jetzt müsste eigentlich klar durchgehen, oder, kommt schon, sehr gut, kommt schon, noch eine, 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 brennen, 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 nice, perfekt, na, Zack ist hier irgendwo, den getten wir jetzt auch, weil der hat ja keinen Flash genug, kommen Sie bitte her, also, na, ist zwar lustig so, von wegen, ja, hey, na, alle Teleport, aber, also, da muss man auch irgendwas machen, Leute, wenn ihr so einen Quatsch spielt, dann, na, okay, Leute, ja, wer ist denn das, Fre, und Fre, der ist weg, den können wir auch noch getten, ich bin, ich hab, ich muss nur einmal mit Fleet angreifen, aber nicht Flotti, ich bin eh auch Flotti, ich bin einfach Flotti, Flotti Karten, ach, come on, ja, ach, come on, Zack, guck mal da, 6-2 Welcome, kann man dazu sagen, 6-2 Very Welcome, sehr schön, sehr, 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 sehr schön, für die Leute, es gibt, was übrigens immer wieder gefragt wird, warum ist mein Spiel auf Italienisch, wird super oft gefragt, warum spielst du Puck's Twisted Fate, wird über, ab und zu gefragt, warum, ähm, was kaufen wir jetzt, Crit, würde ich sagen, wie gehört, ist einfach auf Crit, ganz ehrlich, in Philly's Edge, und Ding, irgendwie Statics oder so, Rabbit, Rabbit Fire, äh, also, ja, Puck's Twisted Fate ist ziemlich cool, muss ich sagen, das Punkt 1, Punkt 2 ist, ich hab die Frage vergessen, scheiße, das hab ich denn gefragt, ach so, Italienisch, ich mag die, also, woher kommt das, damals, wo ich besser werden wollte, noch die ganze Zeit, hab ich so gesagt, hey, wie kann ich besser werden, und da hab ich irgendwo gemerkt, hey, wenn du deinen Klienten auf eine Sprache stellst, wie du nicht verstehst, dann musst du jedes Mal, wenn auf der Map irgendwas passiert, und der Ansager irgendwas ansagt, auf die Map gucken, weil, damit du verstehst, was passiert ist, naja, wenn er sagt, außen, ja, Bodo Ben, dann weißt du halt nicht, was passiert ist, guckst du auf die Map und siehst du, und dadurch hast du automatisch auf die Map geguckt, so, ich bin da, Brüder, und Schwestern, Sek, kommt der gleich hier rausgesprungen, der ist noch in den Busch, oder? War der da nicht drin? Wollte ich doch sagen. Ja, wollte ich doch sagen, da wird er getten, sehr gut. Äh, und dadurch, äh, hab ich das, ich hab das jetzt auf Französisch gestellt, Französisch war aber komplett scheiße, muss ich ehrlich sagen, ne, und dann hab ich's auf Italienisch gestellt, ich muss sagen, also, diese, als Sprecher so, Doppio Cision, oder Pentakil, das hört sich einfach wirklich geil an, ne, das hört sich einfach gut an, ich find's cool, also, ich, ich, ich mag dies, ich mag dies, Greenscreen, warum ist mein Greenscreen immer aus? Ähm, wir haben jetzt aktuell, ja, also, ich komm nochmal, ich baue nochmal auf, rede ich eigentlich zu viel? Ich glaub schon, aber, das ist dann halt Podcast Plus, hätte ich gesagt. Ähm, ich hatte vor, das Video, was ich heute geschnitten habe, und noch nicht fertig ist, morgen zu machen. Na, ich glaub, das hab ich gesagt. Aber, da das Video nicht fertig wird, hab ich mir gedacht, okay, hey, entweder du nimmst nichts auf, oder du nimmst was auf. Na, wir haben jetzt schon halb elf, 22.32, deswegen hab ich mir gedacht, okay, nimmst du doch noch was auf, ne? Ich meine, es gibt ja bestimmt Leute, die das, die sich freuen, ne, ich hab das immer in den Let's Plays jetzt auch lieben gelernt, und ich freu mich, wenn ich ein Video von dem oder da gucken kann, ne, einfach zur Unterhaltung, und vielleicht ist es bei euch ja auch so, den getten wir komplett, Leute. Wir müssen nur seine komische Kacke dodgen. Guck mal, wie wir den getten. Guck mal, wie wir den getten. Guck mal, wie wir den getten. Wir sind ja der Get-Lot. Also, ich bin ja komplett broken. Eigentlich muss ich die eh maxen. Ja, und deswegen hab ich mir gedacht, okay, hey, komm, ne? Es schadet ja nicht. Also, im Prinzip kostet's ja nichts. Also, ja, da kann man drüber diskutieren, ne? Vielleicht wächst ein Kanal besser, wenn nur geile Videos kommen und nicht so Quatsch-Videos zwischendurch, wie dieses zum Beispiel, ne? Wenn ich jetzt nur noch geile geschnittene Videos bringen würde, würde der Kanal vielleicht besser wachsen, das weiß ich nicht. Ähm, aber... Ich bin ja jetzt gerade eh erst wieder so am Rehabilitieren. Versuche, gute Sachen zu bringen. Das krieg ich ja auch sehr viel Feedback. Ähm, würde mich auf jeden Fall immer über Kommentare generell freuen. Das ist einfach genauso wie Twitch-Chat. Na, wenn du streamst, freust du dich, wenn Leute in den Chat schreiben. Na, das ist einfach cool. Das ist einfach schön, wenn die sich untereinander unterhalten. Vielleicht auch nicht zwingend immer mit dir, sondern einfach generell. Das macht einfach wirklich Spaß. Und so ist das in den Kommentaren auch, ne? Es gab mal Videos, die hab ich hochgeladen. Und natürlich liegt's dann wahrscheinlich auch irgendwie am Video. Aber dann hast du unter dem Video so zehn Kommentare oder so. Das ist nicht schade, muss man einfach sagen. Ähm... Figette ich, Leute. Wie war ich lang? Naja, das ist auf jeden Fall ein bisschen schade. Und deswegen hätte ich gesagt... Alter, ich bin ja komplette Maschine, du. Jetzt müssen wir ihn nur noch treffen. Sehr gut, schön. Na, und das während ich rede. Ja, und deswegen... Kommt nur noch einer, ne? Deswegen... Das zeichnet sich den Fallen voll. Das ist ein bisschen unfair, aber ich denke, verständnisvoll. Achso, Kommentare. Na, deswegen freue ich mich über Kommentare. Und deswegen, ich möchte euch ja entgegenkommen, werde ich immer sehr auf die Kommentare eingehen, schreiben. Na, wenn ihr irgendwas schreibt... Ich werde jetzt nicht... Also, ich werde... Das Mindeste, was ich tun, werde das Herzen verteilen. Kommentare, die mir gefallen. Ich werde nicht jeden Kommentar beantworten. Ja, das heißt auch, Kommentare, die mir gefallen. Ich bin realistisch. Ne? Ich könnte ja sagen, ja, ich werde alles lesen. Ne? Das ist so ein Quatsch-Kommentar, den dann einige YouTuber oder Streamer machen. Aber... Ich werde vieles lesen. Oder alles. Ja, also sagen wir, ich werde vieles lesen. Vor allem die ersten Kommentare. Und... Darauf dann auch reagieren. Entweder in Wort und Schrift. Ah, ja. Also, ne? Also mit Herz oder... Oder Blut. Ne, also wir gehen jetzt erstmal shoppen. Wir haben 4000 Gold. Bruder, was ist los? Wo kommt das alles her? Ja, das ist ja das Game, wo du einfach nur quatschst. 4K? Ja, das ist auch am Ei. Ich meine, hey. Wer kann sich schon einen Infinity Edge einfach so auf den Nacken kaufen, Leute? Jetzt sind auch Attack-Speed-Shure dabei und dann Welcome. Very Welcome. Das ist ja richtig gut, Leute. Na? Schön. Dann kann ich mir... Also, darauf kann ich mir jetzt auch erstmal meine Yum-Yum-Suppe hier gönnen. Die habe ich schon leer gegessen, aber nicht leer getrunken. Gibt ja viele, die mir dann gesagt haben, boah, Tobi, du musst das roh essen. So trocken. Und ich muss sagen, ja, das ist auch cool, aber es ist unglaublich cool. Also diese Suppe ist halt auch geil, weil du isst erst die Nudeln und hast du diese superwürzige Suppe, die du trinken kannst. Richtig geil, Moni. Richtig, richtig, very geil. Ja. Ansonsten, ihr könnt, äh... Ja, ich weiß gar nicht. Worüber können wir noch reden? Müssen wir über irgendwas reden? Hm. Hm. Also ich habe ja immer irgendwelche Themen, aber ich glaube, die, die ich hier aufgeschrieben habe, war ich eigentlich schon durch. Dann, Unterhaltung. Ja, Stark, also mein Zweitkanal. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr gerne auf meinem Zweitkanal sehen wollt. Klar, jetzt kommen die Skyrim-Lowel-Boys oder so. Also wie gesagt, ich könnte Minecraft erspielen. Ich habe auch noch das Subnautica-Let's Play. Das werde ich rendern. Das habe ich schon gespielt. Da gibt es schon 16 Folgen von. In der Theorie. Dann, äh, Sekiro. Da habe ich halt richtig Lust drauf. Sekiro hätte ich richtig Bock. Vielleicht mal dieser Donation-Gold oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Eigentlich, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich mir das jetzt nicht kaufen könnte, aber irgendwie, ich bin ja nicht so dieser Dark, ich habe noch kein Dark Souls-Game gespielt. Und ich bin jetzt nicht so der Boy, der, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen Abstand halten. Aber mit Quinn wäre ich dabei. Ja, okay, dann bin ich dabei. Ähm, ja, okay, also er hat mich gesoldet. Very soldet. Okay, das war, das war too much, Leute. Aber das ist natürlich der Teleport-Punkt, oder? Da kam noch locker, der ein oder andere Teleport raus. Äh, ja, also, ich glaube, auf Sekiro hätte ich schon Bock. Mehr als auf Dark Souls. Weil es einfach dieses Shinobi und so weiter ist. Es sieht schon ziemlich cool aus. Also, da habe ich echt Bock drauf. Das dann, zu streamen oder YouTube, ich weiß es nicht so genau. Muss ich dann mal sehen, wie ich das Ganze mache. Ähm, bevor ich mir jetzt irgendwie auf Zwang und Drang irgendwelche Themen aus den Fingern ziehe. Achso, ne, okay, Ameisen-Videos. Das wird noch sehr oft gefragt, muss ich sagen. Ähm, ob ich mal wieder Ameisen-Videos bringe. Weil Ameisen geht es richtig insane. Also, die einen haben jetzt eine riesige Box bekommen. Die, die die ständig ausbrechen. Meine tropischen Ameisen vermeiden sich auch wie Sau. Ich könnte ulten. Also, es sind die vermeiden sich wie Sau, muss man sagen. Also, bin ich froh, du warst gut. Meine Köln-Ameisen geht es auch gut. Die sind auch ganz nice dabei. Allerdings, meine Camponotus, meine großen Ameisen, für die, die es was sagt, die haben es leider nicht über den Winter geschafft so richtig. Ähm, ja, die sind glaube ich, ja, das weiß ich nicht. Das hat nicht so gut geklappt. Ich bin am überlegen, ob ich mir nochmal welche kaufe. Aber, erst mal nicht on. Infernal, very good. Ich kann ja eben Red holen und dann runter holen, so oder? Das heißt, ob ich nochmal wieder ein Ameisen-Update bringe, potenziell, ja, ich wüsste jetzt nicht genau, wo drüber. Und jetzt ist natürlich erst mal wichtig, dass ich, jetzt wo ich meinen Kanal wieder so ein bisschen aufbaue, dass ich Videos bringe, die meine Leute ansprechen. Also, ich würde gerne auch mal zwischendurch wieder andere Videos bringen. Nicht unbedingt immer nur LOL. Also, auch gerne andere Sachen. Na, da könnt ihr euch drauf einstellen. Aber, jetzt gerade zum Anfang ist denke ich wichtig, dass ich halt auch Videos bringe, die die Mehrheit ansprechen. Hätte ich gesagt. Mein Bein juckt. Help. Es juckt. So, jetzt gönnen wir uns erstmal den Infernal Dragon. Ich würde sagen, wir kommentieren jetzt einfach das Game. Auto-Tag, 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 Rageblade wäre cool, oder? Rageblade wäre jetzt eigentlich wir können ja, wir können ja Double-Crit into Rageblade mal, oder? Wäre auch eine Idee. So, Infernal Dragon ist unser. Ich habe halt das Problem, ich habe voll wenig Ade. Das heißt, es bringt gar nicht so viel der Entfernal, aber ist okay. Besser als keiner. So, ich könnte noch Ulten, Leute. Ist hier noch ein Red Buff? Ja, nehme ich auch. Ja, zack, 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 na, Fleet Footwork 2500, das ist auch nicht schlecht. Ja, da unten, da sehe ich mich allängst, kommen jetzt gleich 20 Boys of Germany wahrscheinlich, aber ist egal, ich bin da, wo ist sie? Guten Tag, einmal bitte. 1, gut geil. hier sind ein paar Millionen, die nehmen wir mit. Autotag, 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 ich hoffe meine Kommentationen gefällt euch. Gefällt euch sehr. So, guck mal, unten ist Action, ich gebe hier volle Möhre auf den Turm, volle Möhre. Muss eigentlich mein Trinity mehr benutzen. So, was machen wir jetzt? Der Tower ist weg jetzt, ich würde sagen, sie sind ja anscheinend free to take. Dann nehmen wir einfach den Topland Tower auch noch mit. Wenn die so, also die sind ja richtig kostengünstig, ehrlich gesagt. Dann nehmen wir den hier oben auch noch mit. Der will auf jeden Fall traden, der hat Bock, der auch. Hier für dich. Okay, ist gar kein Problem für mich. Ja, nee, ist gar kein Problem für mich. Hier noch eine gelbe, eine yellow, hier eine yellow, okay. Darf ich erst mal kurz raus? Ja, Lifestyle wäre cool. Naja, okay, ich bin, I'm very out. Habe ich ihn nicht gedingst? Nee, habe ich nicht. I'm very out. Die haben auf jeden Fall noch richtig Bock auf mich, das ist jetzt schwierig. Ach komm, okay. Ja, wir müssen ein bisschen, also das Problem ist, die laufen immer zu 5 rum. Immer. Das sollten wir vielleicht auch machen. So, Rabbit, Feuerkanone sehe ich mich. Auch einfach mal zu 5 laufen. So, immer wenn ich tot bin, darf ich Suppe trinken. Und Nudeln essen. So, Rabbit kostet die 600 oder 800, glaube ich. Naja, haben sie mal verteuert. Damals waren 600 Leute. Rip, 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 Nehmen wir mal an, ich würde einen Champion Guide machen. Welcher Champion wäre das? Da kann ich mal drüber diskutieren. Ähm, ich wüsste gar nicht. Also, natürlich gibt es immer so Leute, die sagen, hey, Tobi, mach Talon, dies, das, aber es gibt ja Guides, die sind zwar nicht von 2019, aber zum Beispiel an Talon oder Fiss, dafür habe ich für beide einen Guide gemacht und an denen hat sich quasi mehr oder weniger überhaupt nichts geändert die ganze Zeit, ne? Klar, Fiss wurde mal geändert und wurde jetzt wieder zurück geändert, das heißt, der Guide war inaktuell und ist jetzt wieder aktuell. Äh, aber, ja, ansonsten, eine Set Guide habe ich auch, hat sich auch nichts geändert. Eigentlich passen diese Guides zu diesen Champions noch, aber, ich weiß auch nicht, wenn das Video halt 2000 Jahre alt ist, ich weiß nicht, ob YouTube dann diese Videos noch empfehlt oder ob es sich alleine deswegen lohnen würde, das Video neu zu machen. Wobei mein Set Guide damals auch richtig lang ging, glaube ich, oder das war noch einer von den ganz alten. Das heißt, auch wenn ich Guides machen würde, dann würde ich definitiv nicht diese 4 Tiling machen. Muss man einfach, ich würde mir auch keinen 4 Tiling Guide angucken. Also, ja, es kommt drauf an. Ich bin so ein Triad und wenn ich einen Champion lernen möchte, dann würde ich mir so alle Informationen, die es zu den Champions gibt, reinziehen. Wirklich alles. Oh, geil. Ja, 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 also die haben auf jeden Fall komplett Bock auf mich. Wir müssen ein bisschen ADK-Like spielen. Erstmal positionieren, warten, bis die Boys alles benutzen und dann getten. Voll für den Get gehen. Also, ich würde mir wahrscheinlich schon so einen 20 Minuten Guide angucken, wenn mich ein Champion wirklich interessiert, bin ich komplett, ich saug alles in mich ein. Ja, wenn mich Fitness interessiert, da habe ich mir alles zu Fitness reingezogen. wenn mich, wir drücken jetzt einfach mal Ult und nehmen den, den wir finden. Ja, guten Tag. Wir haben Flash. Äh, Autotech, 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 okay. Also, dann würde ich halt wirklich alles reinziehen, was es gibt. Gut Tag, Autotech, 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 das ist meiner. Und, aber das ist halt einfach nicht die Mehrheit, ne? Die meisten Leute machen halt Sport, ohne zu wissen, wie es funktioniert. Das ist natürlich dumm, aber ist halt so. Und bei Fitness, äh, oder Guides wollen die Leute wahrscheinlich auch erst, also der Guide würde so 15 Minuten gehen, maximal 20, aber nicht so ein 30 Minuten Ding oder sowas. Also, ich hab keinen Smile, aber ich denke, das passt. Sehr gut. Wir haben 13,4, das ist very welcome. Wir haben schon wieder, wir haben so viel Geld, da habe ich einfach, da kommt das ganze Geld her. Wir könnten natürlich jetzt noch ein Crit-Item gehen, aber ich denke, wir gehen halt wirklich Rageblade. Eigentlich wäre Crit klug, ne? Bei so viel, wenn man schon so viel Crit hat, dann sollte man noch mehr Crit gehen. Aber, mehr Text, wie ist halt lustig, hätte ich gesagt. Ja, wir wollen ja was Lustiges spielen, und nicht was Kluges. Das Welche hat nicht gestorben, und darf die Suppe nicht trinken. Das ist eigentlich unfair, ist nicht rewarding. Rip. Rip, 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 Dragon Finale, 20 Sekunden. Ja, welcome, das Game ist ja very welcome, hätte ich gesagt. Bap, bap, wie viel Textspeed haben wir? 2,5. Äh, scheiße, oder? Das ist ja kacke, wo hab ich, ach, das Ding gibt auch ja Textspeed, ne? Das heißt, ich kann gar nicht mehr Textspeed, selbst wenn ich jetzt Rageblade baue, wo hab ich so viel, ja okay, ja scheiße, was machen wir jetzt? Ja, dann würde ich sagen, bauen wir doch Kletcher, scheiße du. Das ist ja unglücklich. Sollen wir mit 10 wieder Ult, dann getten wir jemanden. Ich würde auch gerne den Red Buff haben, das ist der, ich denke, Sek hat da kein Problem mit. Der wartet locker in den Busch, und wir sind locker noch andere, aber, ich denke mal, er hat da kein Problem mit. Das ist meiner, I need. I need, I need. So, jetzt warten wir, bis die Gegner sich ein bisschen splitten, und dann ulten wir. Das ist der Plan. So, Yumi, just be me, and I ult. Stay with me. Ich glaube, sie sind pre-made oder so, weil die ist nie bei mir, obwohl ich Legend eigentlich der beste Spieler hier bin, und auch den meisten Impact habe. Hello, Miss Cat. Ich bin ein niceer Loll-Spieler, mich hast du gerne im Team, weil ich einfach, ich bin einfach super sympathisch, ich bin einfach toll, und jetzt gehen wir runter und nimm Yumi mit. Aber ich will, ich will sie auch nicht umbringen. Na, wir müssen, wir müssen, wir müssen, also ich will, ich werde sie nicht umbringen. Ich passe auf die Katze auf. Hier, wir gehen da rein. Machen so. Okay, der ist tot jetzt. Ja, perfekt. Ja, okay, ich glaube, das hätte mich umgebracht, actually. Aber das ist gut, sie hat mich. Jetzt geht's hier weiter. Zack. Jetzt geht's hier weiter. Ja, okay, das wird, oh shit, 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 bitte block das, block das, Bruder. Oh, er hat mich blocken, aber dann wäre er gestorben, ne? Na gut. Ja, okay, also das ist natürlich unglücklich. Lifestyle wäre klug, oder? Wir gehen jetzt Lifestyle. Lifestyle wäre klug. K-L-U-K. Oh, geil, super. Das ist aber auch das letzte Mal, das letzte Abend mal. Hm, 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 so. Lecker, schmäcker, fein und saftig, und in meinem Mund. Ja, hm, Geisling Storm 14 AD geht richtig ab, Leute. Salty ist, glaube ich, ganz cool, Move and Speed, vor allem dann noch mit, ähm, Fleet Footwork ist nicht verkehrt. Die Ult war very geil. Ich bin unterwegs, woher wollen wir Blutdürste? 2-2, Alter, ich habe halt immer noch keinen Lifestyle, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Aber ich bin cool dafür. Ich bin unterwegs, Leute. Under the way. Das große Problem ist, was wir haben, dass wir keinen Tank haben, deswegen tanke ich immer die ganze Scheiße. Ich habe noch eine Rechnung offen mit der da hinten, die Get-Tick, Leute. Ich gehe für den Fuf, oder? Gehe ich hier unten? Ja, ganz ehrlich, ich gehe für den Get. Oh shit, so weit komme ich nicht. Ah, doch. Perfekt. Ja, meine Karten sind einfach präzise, wie sonst warst du. Der nehme ich auch. Ja, komm, springe ich an. Springe an. Ah, okay, er will nicht. Schade, Marmelade. Jetzt wäre live's wie richtig. Delicious gewesen. Ah, da guckt euch das an, wie ich die Karten hier am Steppen bin. Am Bienen, am Slicen, am Flyen, Bienen. Hier, eine Karte. Naja, und Move and Speed ist auch gegeben. Ja, das ist okay für mich. Aber das hat nicht getroffen, ich schwöre. Ich schwöre, das hat nicht getroffen. Hat es nicht. Was hat denn der für Schlabberhände? Aber okay, jetzt haben wir Bluetooth. Ja, okay, wir hinten gerade ein bisschen, ich gebe es so. Scheiße. Was hat denn der für Hände? What have you hands? Best Englisch in the world. Das ist immer, ihr müsst da sowas schreiben, das ist immer lustig. Ich komme mal lustige Antworten zurück. Oder auch nicht. Mal gucken. Ähm, hm. Ja, weil auch überhaupt keiner weiß, worum es geht. What have you English? Ja, jetzt geht's los. Ähm, Nudli. Lecker, lecker. Yum, yum. So. Aber Yumi ist auch nicht bei mir. Ist sie nicht. Warum ist sie nie bei mir? Sie fährt immer irgendwo durch die Gegend. Bei mir ist doch viel cooler. Ich mache Kills und so. Ich meine, ich glaube, die ist pre-made mit allen anderen oder so. Und wir können noch fragen, why you all have TP? Warum haben die alle TP? Das weiß man nicht. Und warum intet mein Team? Ich kann es euch sagen, weil ich nicht da bin. Oh, Leute, geil. Sollen wir wegführen? Können sie? Hallo? Das ist aber gut. Lasst ihr noch ein bisschen Arbeit machen. Die stimmt eh. Ich kann für den Backdoor gehen. Die können jetzt, die können nicht aus der Haus. Eigentlich kann ich jetzt alles machen auf der Map, was ich will. Ich kann jetzt meine Hose ausziehen. Hier in der Mitte tanzen. Oder irgendwas. Die können nichts machen. Leg it. Leg it. Sollen wir beenden oder nicht? Ja, ich meine, man muss schon, ne? Mit Gegnern spielen ist nicht gut, Leute. Erstens verliert man am Ende. So läuft es im Ganoven-Film auch immer. Meint ihr, ich kann einfach hinputten und es killen? So ganz schnell? Oder nicht? Ich lasse die noch ein bisschen laufen. Okay, Brand ist schon mal nicht da. Guckt an. Die warten doch locker da. Wir probieren's. Hä, wo ist mein Gold? Hier. Okay, das war's. Ähm... Ja. Achso, mein Minecraft-Name. Ich bin noch am überlegen. Es wird, es steht zur Auswahl, ähm, Topcraft LP, Pussycrafter, Wifetaker LP, oder, äh, werden weitere Vorschläge in die Kommentare. Haben die Leute nicht immer solche Namen in meinem Gehirb? Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Hab euch lieb. Und tschüss.